RESONENT EVIL oder ihr kennt es schon, ihr wollt unbedingt sehen, wie ich hier schon bei Merchant bin und dabei bin, jetzt meinen Weg, mich zum Delago zu bahnen. Ah, ich glaube, ja, das will ich auch machen. Das ist ein guter Schatz. So, da werfen sie, äh, den Kollegen, der im Keller lag, dem Delago hier. Fuck. Fuck. Wow. Wo ist er? Ah, die Berge nicht. Tja, das ist unser, äh, äh, nächstes Gebiet. Verdammt. Schau an den Größen davon. Hm. Verdammt. Schau an den Größen davon. So, wo war, äh, ich glaube, ich weiß noch, wo der andere war. Ja, der war da, guck mal. Ähm. He, he. Gab's hier noch einen? Ne, dann sind die restlichen drei tatsächlich dort. Okay. Dann looten wir uns erstmal hier durch. Mhm. Mhm. Ah, schwank. Yes. Gefällt mir. Nice. So. Ah, ganz schön viel Schießpulver und, ja, dann haben wir nochmal Dingens. Ja, da oben habe ich das. Okay, okay, okay. Äh, sechs Stück. Nö. Okay. Geil. Küchenmesser. Money, 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 money. Ah, da war die leider. Okay. Hm, Bootsbenzin. Ja, ja. Das ist nämlich das, was wir holen müssen. Ja, ja. Das ist nämlich das, was wir holen müssen. Die sind ja auch alle gar nicht da, ne? Ah, das ist ja jene mal sehr schlau. Au. Oh, shit. Goddammit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, town hall宣erk ause. Na los, komm her! Oh ja, diese Hurtbox, ne. Ey! Ich vergesse immer, dass ich parryen kann, ne? Also ich vergesse immer, dass ich parryen kann. Das ist ja, das ist ja echt der Waps, der absolute Wahnsinn. Na, machen wir noch mal ein paar Re-Munitionen. Das ist alles vertretbar. Ach so, das ist hier, da, 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 da. Oh, Mann, ich hab so viele Handgranaten. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist zu absurd. Oh! Das steht jetzt nicht nochmal auf, oder? Ne. Irgendwo irgendwas, was ich noch ziehen kann. Ne, da kommen die ja so rum. Oh! Ich morreste! Oh du Penner Da los Perfekt. Die antike Pfeife. Ne, 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 ne. Ist da noch oben was? Blutzeit. Wer ist hier noch? Ah, warte. Warte, da irgendwo, ne. Irgendwo war das doch, oder? Naja, okay. So. Ähm, ich hab ja schon zwei verkauft. Kann ich ja noch essen. Gemessert. Gemessert. Junge, gemessert. So, Hühnerei. This is what I'm talking about. So. Nö. Boah, kann ich? Ja, ich kann aber noch nicht. Äh, wo war nochmal der letzte? Der muss irgendwie da gewesen sein. War das so rum? Ne, das war einmal das hier sechsteilige Stück. Das war echt mal, das war nur wie der Hühnerei von Kameras. Oh, ja. Oh, ja. Du hast keinen Arm mehr, Bitch. Ja, was willst du, Bitch? Was willst du, Bitch? Ich geh wieder die ganzen Kämpfe. Ein Spinell. Ich meine, ich habe so viele Granaten, da dachte ich mir so, ach komm, machst du eine Granatenparty hier. Genau, das ist der Rückweg hier, genau. Ja, das ist ein kleines, nettes Gebiet hier. Das kann man auch schneller machen. So, das Ding weiß ganz genau, was ich machen will. Und ja. Dann gehen wir noch mal, wollen wir noch mal zum Merchant oder? Ja, komm. Gehen wir noch mal zum Merchant. Haben wir aber auch schnell erledigt. So, das ist ein Requip... Ha, ha, well done. Ja, nein. Du hast dich selbst bewertet. Du hast etwas Neues für dich. Deine Verwertungen nicht. Das ist das, was ich spreche. Was ich überraschen muss. He, 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 he. Ich wusste, dass ich auf dich counten könnte. Knapp braucht alle, das ist gut. Das würde gut funktionieren, wenn ich so sage, Marcelin. Du kannst mir auch noch ein paar andere Sachen kommen, Nate. Was ist das? Wie haben wir diese Überzeugungen gekauft? Du willst nicht wissen, Nate. Moment. Welche Aufträge habe ich denn schon gemacht? Ja, bisher alle. Okay. Warte, wie sieht es bei mir mit Health aus? Oh, erst mal. Das bräuchten wir mal. Heilung haben wir genug. Gefällt mir. Ah, ich hätte die Messer noch verkaufen müssen. Was sollen die denn? Ich habe etwas Neues für dich. Die Rubie ist alles verbringend, sie macht mich. Danke. Komm zurück, irgendwann. So, okay. Okay, let's go zum DeLago Baby. Der im wohl unspektakulärsten Kampf des ganzen Spiels leider. Ich meine, der war jetzt auch nicht wirklich immer... Ja, wie soll man sagen? Spannend. - Wir müssen laufen. Hawass... Was ist, wir müssen... Aufmerksam. In die Mal gucken, wie schnell ich das schaff. So. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das war kacke knapp. Oh, das war schlecht getimed. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Boah, ich bin ja richtig schlecht. Ich glaube nicht, das ist ein bisschen aufpassen. Das macht ja gewaltig was falsch. Ja, da los. Moment. Moment, ich muss kurz Pause machen. So, meine Damen und Herren. Ich hab das ja so scheiße gemacht. So, meine Damen und Herren. 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 Oh, das sind so diese Stellen, wo ich mir denke, ah. Ah, da bin ich. Oh, ich bin wieder weg. Oh, das ist, das ist kacke. Da waren wir. Ich habe zu etwas zu tun. Oh, das ist, das ist... Ich habe mit dem wedge aus personajegeееacierticas. So, das heißt ... Okay. Oh, was ich also screwed? Wo gingst du? Ja, den habe ich noch nicht so drauf. Da muss man, da muss ich irgendwie besser ausweichen, besser treffen. Weil das war jetzt, wir haben die zweite Phase einfach ganz gut übersprungen. Hm. Das war doch mal was. Das war doch mal was. Das war's. 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 Okay, wie das interpretiert wird. Das war's. 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 sehr stimmungsvoll inszeniert. Das war's. 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 Jetzt bleibt's noch was ausäthen, hinviolnden. creamer, $ um nicht zu wollen. Start mit声. Das war's. A-lag-zah-zah-zah-zah-zah-zah. Was für's? impleiert. Was ist dieses Ort? Es ist eine Art Schrein. Die gleiche Mark von der Kirche. Es ist das Meer. Was ich hier so machen kann. Achso, jetzt habe ich hier den Schlüssel. Okay. Nice, nice. Hühnerei, okay. Ja, ich glaube das eine Hühnerei werde ich geben und das andere werde ich näher benutzen. Ja. 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 Irgendwo war der hier. Ja, den kann ich eigentlich essen. Ne, das ist ja wieder die, das ist ja wieder die Insel. Na, dann fahren wir jetzt erstmal dahin. Ja, den Schatz werde ich auch noch haben. Alexandrit. Normalerweise habe ich die Red Nine gefunden, da dürfte jetzt eigentlich nur ein Goldplättchen sein. Das habe ich auch noch aufgenommen. D'ohnt was? Ne? Genau. Oh, genau. Oh. Oh. Ich kann mich ein bisschen daran erinnern, was das war. Das hat das, das und das. Ah ja, das, 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 das. Ja, ja, das. Ah, Mann. Irgendwo war noch hier was. Ah, das war doch der Shit. Tja, okay. Nein. Ah, wie gesagt, das war irgendeiner von denen. Ah, wie gesagt, das war. ich glaube ich habe hier alles gelootet ja ich habe aber auch genug edelsteine um irgendwas hier ordentliches zu machen mann 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 ok das hätten wir schon mal durch ich Okay. Okay. Ja. Moment, ich habe ja noch ganz viele Schätze hier, ne? Guck mal, da ist zum Beispiel einer dieser Schlüssel. Den nutzen wir. Alles, was mir Money bringt. Ich bin hier ganz schön schnell vorbeigegangen, deswegen habe ich hier noch ein paar Sachen, die ich finden kann. Aber ich habe jetzt nicht wieder damit gerechnet, dass ich hier nochmal komme. Oh ja, Willenfalle, ja. Ja. Sieben. Haben wir doch fast die Hälfte hier. Lustig, dass man das dort findet. Hm, das bleibt auch noch. Genau, dann kann man hier lang gehen. Also konnte man und dann war... Weiß nicht, aber da will ich jetzt nicht zurückgehen, denn wir wollen ja weiter. Dann kommen nämlich neue Gegner. Dann gehen wir mal. Okay. Hier geht's mir bei ihm. Die ist nicht, wie in der Höhe. Ich weiß nicht, wie in der Höhe. daughter ist und ich weiß nicht. Da bin ich nicht. Wir brauchen also eine Hoffnung. Wir brauchen eine Sechzeussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussbesbesstumên富 hat? Geh! Kleine Schlüssel. Hopf... ...Dings... Uhhh, Leute! Erstmal kurz hier Fenster zu, weil das Wetter sich verschlechtert hier. Sonne weg, dann ist gleich hier kalt. Okay, die Hälfte haben wir schon mal. Ich habe die einfach gehört. Hä? Irgendwas im Altar war doch hier, oder nicht? Oder war das hier nur das Item? Ja, da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich habe das... ...Wenn mir fehlt irgendwas. Irgendwie was fehlt mir. Leute... Irgendwas fehlt mir doch hier. Was geht hier vor? Was geht hier vor? Das war doch jetzt nicht nur wegen... ...Items, Schatz und das war's. Hä? Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt, ne? Gehen sich das schon an. Hm? Okay. Oh, you're kidding me. All right. All right. All right. All right. All right. War das nur die Quest? What's up, boy? Ai, 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 ai. All right. Da geht's zurück, oder? Das ist zum Händler, ne? Ne, da ist auch eine verschlossene Schublade. Aber ja, das ist beim Händler, ja, ja. Tachenoa. Aber da geh ich später hin. Große Höhle mit Schrein. Genau. Das ist für die Kirche. Ich fahr mal hier durch, weil ich weiß, da komme ich noch ein bisschen Schätze. Da, da, da. Ja, da baue ich noch mal so ein Rubin. Haha. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch gemacht. Okay, Bonus. Das war wegen dem Schatz nur, das weiß ich. Aber da bei den Hunden ist da nichts wahr. Ja. Ja, ich kade. Ich schmedi. Ta diz. Ich hole dich. Ich hole dich, die Kirche ist. Ich hole dich. Mach dich. Wenn du dassel. Ich hole dich, das ist. Die Kirche ist in der Kircher. Ich hole dich. Jetzt hole dich. Ich hole dich. Jus. Du, du bist. jetzt bin ich wieder hier verschlossene schublade hier ist nix nur diese quest dann fahren wir da nochmal hin wie sie haben wir den weiß nicht dann müsste der fisch irgendwo hier sein sie sieht dieses riesen viel da ist er riesenbarsch ok dann habe ich das schon mal erledigt wo ist diese kleine insel nochmal da so Das war's für heute. The Goldneck. Mehr war hier nicht. Ah, dann hätte ich die Blendy nicht machen sollen. Ah. Dann hätte ich die Blendy nicht machen sollen. So ein Mist. Okay, dann können wir uns jetzt endlich den anderen widmen. No. No good. Ich loote erst mal. Ah. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, okay, das war souverän geklärt. Okay, okay, das war. Okay, okay, das war. Okay, okay, das war. Okay, okay, das war. War jetzt aber... What about us? Ich glaube, die waren das. Ich kann mich noch erinnern, der war das. Der... Okay, okay, das war. Okay, okay, das war. Oh, das war... Oh, das war nicht gut. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mist, Mist, Mist. Da stelle ich mich ein bisschen blöd an, aber was soll man machen? Ich... Oh, ich... Oh, ich muss den ganzen Raum nochmal machen. Oh, shit. Oh, ich muss... Oh, ich muss... Oh, ich muss... Oh, ich muss... Oh, ich muss den ganzen Tag werden. Oh, ich muss den ganzen Tag sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja? Entschuldigung, ich wollte noch mal kurz gucken, ob ich irgendeine zu fehl gemacht habe. Okay, müssen wir noch mal schauen. Okay. Klar, 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 ich bin... Entschuldigung! Entschuldigung, muss ich verletzen. Okay, das war das, das war immer das. Okay. Ja, meine ich doch. Ach, das waren nur die zwei und ich denke mir die ganze Zeit, ich habe da was vergessen. Mann, Mann, Mann. Ich wusste es. Ne, ne, Leute. Auf euch habe ich keinen Bock. So, erstmal zum Merchant. Ja, zum Merchant erstmal. Ah, ja. Ich habe etwas... Willkommen. Ich habe etwas Neues für dich, Maid. Ich habe etwas Neues für dich, Maid. Ich habe etwas Neues für dich. 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 Ja, dann habe ich die maximiert. Das ist auch gut. Ich habe etwas Neues für dich. 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 ob ich die Stingray nehme die ist halt von der Nachladegeschwindigkeit glaube ich besser ne oh um einiges ja okay komm ach ja warte Küchenmesser Ruby's all rubbish she makes no difference the price that's our choice to make noch ja die Hühnereier well well I can certainly do something ja dann haben wir die Stingray er hat halt nicht die niedrige Power aber das ist jetzt auch nicht Thema ja so fühl ich mich gut got a selection of good things on sale stranger come back anytime okay 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 ja gefällt mir ja Energie habe ich auch genug okay das gefällt mir wir wollen mal wieder zu dieser Höhle das war dann tatsächlich nur für quasi für die Figur naja okay 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 ähm ja wo ist die? da ist die ab in die Höhle ab in die Höhle okay 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 Kondor 1 zu russ ich habe die Schlüssel gefunden ich habe die Schlüssel gefunden ja ab zum Merchant ja hätte man jetzt zum Merchant gehen können ne ha 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 oh Ja, okay. Einfach nochmal, denn jetzt... Jetzt kommt, ey, gigantisch. Ähm, Moment. Habe ich Blendies? Ich habe Blendies. Okay, ich habe Blendies. Das ist echt gut. Okay. Oh, okay. Moment. Das ist doch gut. Man kann hier noch kurz rein. Ich würde sagen, ich bin mal so fein. Nehmen wir das mal. Oh ja, Gewehrmunition. Das ist, das ist, das ist fine. Das ist very fine. Okay. Shit. Wo all your last Plagers? Ach, der Typ. Ich freue mich schon auf die Typen. Hat er mir eine gegeben? Hat er mir gerade eine gegeben? Wow, jetzt kommt schon Hundi? Das ist nicht gut. Not gut. Ah, ich fühle mich ein bisschen bedroht. Das ist nicht gut. Das ging ja besser als gedacht. Das war fast ein Pancake. Okay. Lass uns in die Kirche kommen. Okay. Shotgun hat geregelt. Okay, ich bin selbst überdreicht, dass das so gut ging. Aber Hundi hat nicht viel gemacht. Das ist nur Lore. Ja, der ist gefüttert geworden. Bis zum... Geht nicht mehr. Haben wir alles? Joa, ne? Joa. 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 ... Oh, Moment. So Leute, dann machen wir weiter und holen uns Oh, fuck, Ashley Und das ist ja auch, wie gesagt, nicht mehr viel Ashton Graham, ich bin hier für Hilfe So, dann holen wir uns das Puzzleteil Ja, die Puzzle, die sind halt so ein bisschen Wolzen, die kann ich nachher verkaufen Ich meine, ja, okay Ich könnte das eigentlich Ziemlich gut Managen nachher Hey Okay, Leute Da sind wir wieder Ah, okay, die MP-Munition Die habe ich übersehen Hm, okay Okay, Moment Ah, okay, dann werde ich mal was herstellen Ist hier noch was? Ne, alles klar Ah, da war hier noch was hinter Ah, ein kleiner Schlüssel Okay Okay Vielen Dank. Ah, ich muss mich nochmal gucken, wo ich mich dann orientiert habe. Ah, ja, okay. Ah, okay. Ashley, du bist da? Ja, altes Motorola Handy. Ashley. Ashley. Ashley Graham, bist du hier? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier in der Präsidenten. Das ist gut. Ich bin hier. Es ist gefährlich outside. Du musst mich hören. Was ist das? Ach? Over there. Pursue them. Woh. The last lap's are a skip. Please. Persegui's. Ah, okay, Kapitel Ende. Wie sieht das aus? Ein Kill, neu. Aber bisher haben wir in allen Kapiteln die Figuren gefunden. Okay. Ja, dann machen wir noch ein bisschen. Okay, sorry, Leute, aber da ist gerade mein bestelltes Essen gekommen. Was tun wir tun? Vater, vertraut mich. Ich brauche, dass du mir auch vertraut und genau wie ich sage. Ich werde dich sicher holen. Okay. Okay, Rian. Mal gucken, wie ich das hier managen werde. Ich werde dich, wie ich das hier managen werde. Ich werde dich, wie ich das hier managen werde. Okay. da kann man alles verkaufen ich werde erst mal das so versuchen es ist okay I've got you hey trust me thanks Bruce I've secured baby eagle copy that is she okay affirmative well done condor one I'll dispatch a chopper ASAP I'm sending you the coordinates for the extraction point make your way there and don't let anything happen to baby eagle copy that hurry the weather is getting worse yeah 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 come 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 Ashley oh wie oh das hätte so gut laufen können oh das ist ja Katastrophe nicht zurück nicht zurück hallo oh toll alter bitte was ey wie schnell sind sie nein 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 stop stop mit använd empty co come 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 he so Das war ein bisschen heikel. Okay. So, wo sind die Messer? Da. P-Munition. Da. Wo sind die Minen? Minenaussetze. Da. Okay, dann ist die Stingray. Okay. Was hat er zum tauschen? Okay. Ich versuch's mal. Jemand muss diesen Willen künder. Ach, spinel. Den hab ich übersehen, okay. Okay. Ich versuch's mal, was right about the weather. All right. Ich versuch's mal, was right about the weather. 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 Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Give me a warning next time? Okay, okay. Okay, das war ziemlich gut gemanagt. Okay. Besser als beim ersten Mal? Okay. I need you to open it from the other side. Oh, okay. Okay. Okay, ja, wir haben nur diese zwei. Okay. 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 Ich weiß, dass wir kommen wird. Daher würde ich sagen, ich beende heute mal den die Session ein bisschen früher. Ja, eine Stunde 41. Wir haben schon mal Ashley hier. Wir haben ja schon mal dies und das gemacht. Ich weiß nicht, wie ich noch mal zu diesem Haus zurückkomme. Ich überlege gerade. Glaube ja. Mal gucken. Vielleicht mache ich das mal offscreen. Aber auf jeden Fall, das wäre es mit diesem Part von Resident Evil 4 Remake. Und ja, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen, dann hinterlasst ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur meine Resident Evil 4 Remake-Zeug gefällt oder gar Playstage, dann hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich gehe jetzt schön essen. Alles klar. Ich würde sagen, ja, ich bin die Kay. Das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns, wenn wir uns mit Ashley uns aus dem Dorf hinaus katapultieren. Bye, bye!